Was wir hier sehen, ist das E-Mail-ROP-Projekt der Hochschule Karlsruhe. Das ist ein kleiner Roboter, der zeichnen kann. Man kann ihn auch über das Internet programmieren. Zum Beispiel mit der Web-IDE-Kodi++. Was bisher aber nur beschränkt geht, ist das direkte Steuern. Hier gibt es bereits eine Fernsteuerung. Dies ermöglicht, Motoren links und den Motor rechts anzusteuern, sowie den Servo, der den Stift hebt und senkt. Um das Ganze intuitiver zu gestalten, möchten wir das Ganze nun mit der Tastatur steuern können. Wie machen wir das? Als erstes brauchen wir mal ein Konzept für unser Interface. Wie wir hier sehen, möchten wir unseren Roboter gerne mit den Pfeiltasten steuern. Also einmal sollen sie anklickbar sein und Tastatureingaben sollen auch funktionieren. Und natürlich müssen wir uns auch mit dem Roboter verbinden können. Aus diesem Konzept ergibt sich dann vorläufig diese kleine Web-App. Wie man sieht, kann man hier die einzelnen Knöpfe drücken und hier Zieladresse des Roboter eingeben und sich mit ihm verbinden. Auch eine Eingabe mit der Tastatur ist möglich. Und natürlich lässt sich das Ganze auch auf dem Smartphone bedienen. Die Verbindung zum Roboter soll mit dem Web-Socket-Protokoll aufgebaut werden. Denkbar wären aber auch andere Protokolle wie UDP, MQTT oder HTTP. Ein Web-Socket bietet hier aber die geringste Latenz. Außerdem gibt es eine sehr einfache Implementierung für einen kleinzeitigen Web-Socket für den ESP32 als auch für eine serverseitige Web-Socket-Lösung. Daraus ergibt sich dann folgendes Gesamtsystem. Wir möchten mit unserer Web-App die Tastatureingaben der Nutzer einlesen, diese dann an das User-Interface übergeben und die Eingabe an den Web-Socket-Server, der auf dem ESP32 läuft, senden. Anschließend sollen die Befehle an den Motor-Controller übergeben werden, welcher dann eine Geschwindigkeit und eine Richtung an den Motor-Treiber weitergibt. Also nochmal kurz. Es soll also eine Web-App entstehen, mit der man den Roboter mit der Tastatur steuern kann. Das Ganze soll über das Internet unter Verwendung des Web-Socket-Protokolls erfolgen. Natürlich kann beliebig erweitert werden. So wäre eine Gamepoint-Unterstützung, unterschiedliche Farm-Modi oder ein Backend mit Node.js, damit der Web-Socket-Server nicht mehr auf dem ESP läuft, denkbar. Seid also gespannt, wie sich unser Projekt entwickelt.